Aha, aha, aha. Yep. So, ich würde mal sagen, wir stellen uns erstmal vor, also ich bin der Peter. Und ich bin der Dietrich. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber wir sind zurück mit TechEd. Nein, schmal, nicht mit TechEd. Nicht mit TechEd. Natürlich mit Hexit. Mit Hexit, genau. So was. Nein, mit Feed the Beast. Achso, stimmt. Alter, Raffi kommt... Ich dachte, das ist Real Life Simulator 2013. Nein, nein, Raffi kommt in der letzten Zeit immer mit seinen Serien durcheinander. Ach ja. What a wonderful world. Mhm. Ja, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir jetzt erstmal vorhaben werden, dass wir folgendes tun werden. Wir bauen nach unten und bauen uns da vielleicht eine Farm hin. Genau. Aber da ist halt die Frage, ob das nicht dann zu dunkel ist, weiß ich schon. Oder wir bauen von hier aus nach rechts, das wäre vielleicht auch eine Sache. Also, genau so in die Richtung wie die Tierfarm, bloß halt daneben. Dann sieht das auch ein bisschen schön aus. Also, genau hier... Achso, oder von hier weg. Können wir auch machen. Dass wir hier irgendwie so bauen. Können wir auch machen. Das wäre natürlich auch cool. Vor allem, wenn du dann den Weg da so lang gehst, dann hast du so rechts oben dann die Farm. Das schaut vielleicht auch nicht schlecht aus. Können wir auch. Da ist auch so ein bisschen Höhenvariation drin und so. Mhm. Mhm. Machen wir es so. Wirklich sehr interessant. Schon, gell? Mhm. Bauen wir das aus Holz oder aus Cobblestone? Ja, Cobblestone. Geht immer. Wie bauen wir die Farm am besten auf? Das ist die nächste Frage. Wir können... Wir haben jetzt Pumpkins. Melon haben wir noch nicht, gell? Nee, Melon haben wir noch nicht. Okay. Aber du hast die Half Slabs benutze ich gerade. Wo? Für... Oder? Oh nein. Achso, das ist entstiegen. Das ist entstiegen. Ja. Ich benutze keine Half Slabs außer zur Verzierung. Für Zweck benutze ich keine Half Slabs. Niesen. Gesundheit. Ich liebe meinen Mew-Knopf. Gut zu wissen. Willst du ihn heiraten? Nein, Alter. Ich kann Fahrer spielen, wenn du willst. Nein, du sollst doch mein Trauzeuger sein. Achso, okay. Ja. Na dann. Will ich aber nicht. Äh, seit wann kann man aus zwei Slabs kein Ganzes mehr bauen? What the fuck? Hä? Wenn man zwei Slabs übereinander tut, kriegt man kein Ganzes mehr raus. In der Crafting Bench, oder? Ja? Ja, das ging noch nie. Das ging noch nie, mein lieber Simon. Du kannst so machen. Achso. Oh, okay. Aber da geht jetzt kein Ganzes mehr raus. Gesundheit. Wie du deinen Mew-Knopf einfach liebst, gell? Ja, ja, ja. Das war jetzt zu schnell. Das war so Überraschung pur. Zu unerwartet. Unglaublich. Kannst du ja rauspiepen, wenn es sich zu sehr stört. Okay. Ich glaube, ich habe hier das grobe Outlay schon mal. Und zwar baue ich da so ein paar Module hin. Das wird jetzt ziemlich cool hier. Ein paar Module? Ein paar Module. Wie baust du mal gleich nochmal Cobblestone Wall? Du baust wie Trapdoors. Also du baust zwei Dreier rein in Cobblestone. Ah, okay. Das wird hier voll stylish und swaghaft, Alter. Ich sage es dir. Alter, so swaghaft. Das hast du noch nie einem Mensch zuvor gesehen. So swaghaft wird das. Und dann mache ich das aus. Boah, dann mache ich das aus. Alter, nee. Oder? Alter, nee. Alter, nee. Was glaubst du passt besser, das Oakwood oder das Birchwood zu Cobblestone? Zu Cobblestone finde ich das Oakwood besser. Oder, hm. Das Birchwood ist eigentlich auch ganz cool. Schau mal. Nimm mal Birchwood. Okay. Obwohl, dann ist, dann ist, warte, es gibt kein Birchwood-Fans, gell? Nee. Verdammt, dann muss ich doch nochmal alles nehmen. Dann wird das hier nämlich voll cool, Alter. Voll cool, Alter. So. Voll krass, konkret. So. Voll krass, oida. So. Voll krass, konkret. So, so, oida, so. Das wird so krass, Mann. So, Alter, Alter. 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 Zurück in den Kiez. Not today. Hast du noch Dirt irgendwo? Ob ich noch Dirt hab, ja, hab ich. Wie viel? 18. Das darf ich nicht. Dann, wo sind unsere Funatses hin? Die habe ich auch. Was, Junge? Ja, die wollte ich jetzt dann alle hier so reinplacen. Reinplacen? Ich stelle es jetzt einfach mal obligatorisch hier hin. Okay. Dann. Mache ich. Erstmal. Ganz viel. Charcoal. Ganz viel? Charcoal. Ganz viel. Charcoal. Alter. Und dann mache ich aus dem ganz viel Charcoal, ganz viel Cleanstone. Alter. Damit wir uns nochmal ein bisschen Dirt zulegen können. Okay, cool. Damit wir vor allem erstmal Charcoal haben. Okay. Oder hast du noch Charcoal? Rein zufällig. Irgendwo her. Ich habe noch 23 Charcoal. Ich weiß, was du gerade gemacht hast. Ja, ich habe das ganze Zeug aus der Kiste von vorhin noch. Ich sage einfach nichts dazu. Ich weiß, dass ich doof bin. Nee, bist du nicht. Bist nur. Nicht Intelligenz? Nee, ich weiß nicht, ob ich das ausdrücken soll. Ich drücke es einfach nicht aus. Ich weiß nicht, ob du das ausdrücken kannst wahrscheinlich, oder? Ich baue unsere Birchfarben ein bisschen ab, gell? Mhm. Wir müssen überhaupt mal ein bisschen mehr Holz farmen langsam wieder. Unbedingend. Unbedingend, Alter. Unbedingend. Als habe ich meine Brille dreckig gemacht. Mann, Simon. Alter. Ich kann es doch bloß. Die arme Brille. Stell dir mal vor, du wärst die Brille. Und dann nimmt dich einfach jemand so auf die Nase und macht dich dreckig. Alter. Und zieht den ganzen Tag nur an dir vorbei und durch dich hindurch. Alter. Wie als ob du nicht da wärst. Hast du gerade was gesagt? Wie als ob du nicht da wärst. Ich würde mich da voll vernachlässigt fühlen. Schon, ich mich auch. Krass. Ich habe ausgenutzt die ganze Zeit. Mhm. Voll hart. Und es kommt immer nur auf den letzten Schläffern. Genau. Das Leben einer Brille. Man sollte einen Dokumentationsfilm drüber drehen. Nee, das war eine Anekdote. Wie du halt den ganzen Scheiß hier liegen lässt, oder? Ja, weil ich das im Nachhinein mache. Alter! Ich will das alles abbauen und dann im Nachhinein dingsen, weil sonst wachsen die Bäume wieder und dann kann ich das ganze Zeit nicht aufheben. Du bist auch so im Nachhinein. Jetzt. Pst. Alter, du hast alles kaputt gemacht. Das darf nicht jeder wissen, dass ich im Nachhinein bin. Ach ja. Hey, da liegt ein Zerplank auf dem Zaun. Schau mal wieder ab. Oh, verdammt. Der ist weg. Da, schau, da ist schon wieder der nächste gewachsen. Genau deswegen wollte ich es nicht machen, weil ich hier eine Clean Farm wollte. So. Eine Clean Farm. Eine Clean Farm, Alter. Eine Clean Farm, Alter. So, dann können wir hier schon mal das ganze Holzschwein tun. Eine Clean Farm. Kann man eigentlich. Nee, geht nicht. Nee, Mann. Es gibt keine, wo? Äh, Stonewall Gates. Aber es gibt keine Electric Furnaces, es gibt Solar Panels. Oh, es gibt Solar Panels. WTF? Aber die für Blue Electricity. Warte, das heißt, man könnte sich Blue Electric Furnaces mit Solar Panels machen. Hast du den Sound auch gerade gehört? Das war ich voll lang. Ich habe gerade einen Sound gehört. Der hat mir voll Angst gemacht. Das war ich. Also wir brauchen mit Blue Doped Warfers und so Zeug. Mhm, ich weiß schon noch. Ich habe auch mal TechEd mit dir gespielt. Echt? Alter, erzähl mir mehr. Ja, aber geh erst schlafen mit mir. Bitte. Mit dir? Ja. Okay. Was hast du hier? Ah, haben wir das eigentlich schon gezeigt hier? Ich weiß gar nicht. Das da oben? Ah ja, doch, doch. Das war ja deine Unterhosen und Zeug. Genau. Kommst du mal? Komm doch endlich ins Bett, Alter. Ja, ja. Ich bin schon da, Schatz. Unglaublich mit dir. Ich lasse mich entscheiden. Tschüss. Nein! Ich gehe jetzt zu meinen Freunden im Dunkelraum. Im Dunkelraum? Ich gehe jetzt zu Mr. Ringelschwanz. Mr. Ringelschwanz. Hallo, Mr. Ringelschwanz. Hallo. Oh, der mag mich. Hallo, Parkour. Der schaut mich an. Oh, ist er voll schön. Voll süß. Der mag mich viel mehr als du. Du kannst ihn auch reiten und nicht mehr mich. Wobei Schleims halt noch ein bisschen glitschiger sind, da geht es ihm leichter. Alter, wie die ganzen Bäume hier total hässlich wachsen. Gib dir das mal. Ja, ich bin gerade am meinen Freunden abschlachten. Okay. Mit schöner Minecraft-Musik im Hintergrund. Du hast Minecraft-Musik an? Immer. Aber nur auf 20%. Okay. Im Leben meines Raff. Darf nur der scheiß Creeper nicht explodieren, weil da 20 Millionen Items auf dem Boden liegen. Ah, du bist gerade voll laut geworden. Echt? Mhm. Jetzt nicht mehr. Krasser Scheiß. Mhm. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Ein Fall für Ayman Abdallah und Galileo Mystery. Scheiß Creeper, man. Finde ich auch. Alter. Aua. Ja, will ich dir sagen. Sie sind voll böse zu mir. Alle, die Mitleid mit Raphael haben, haut mal in die Kommentare. Hatten wir letzte Folge schon. Ich war da voll. alle wachsen. Alter, wie du aussiehst. Geh mal in der Person. Alter. Ich war wieder bei meiner Thai-Behandlung. Akaputur und so. Gib dir mal, die sind nicht volle Breite gewachsen. Und zwar alle. Alles nur so sticks. Unglaublich. Voll hässlich. Oh hier, Charcoal ist fertig. Und 28 Stone. Ich brauche mehr Phonazes. Ja, was wollte ich jetzt hier machen? Ich wollte irgendwas machen. Ich kann ja schon mal hier Steinen umwechseln. Ich bin Level 27, Alter. Du bist so ein Harter. Ich weiß. Ich bin immer hart. Und immer ready for action. Ging mal so zu kämpfen? Bis dir deswegen kann man sich mit dem nirgends sehen lassen. Nee, ich war nie. Nee. Hallo, Pupp. Ey, was soll ich hier sagen, Oter? Pupp ist gut. I'd like to trade. I'll be Knolbos one day. Nee, wirst du nicht. Doch! Ich hab seine Träume zerstört. Und der Osterhals ist auch nicht echt. Moahaha. Echt? Jetzt ehrlich? Ja. Und was ist mit dem Christkind? Keine Ahnung. Aber die Weihnachtsmann, den gibt's sogar. Ja, bei Coca-Cola. Ja, und? Ich hab Coca-Cola nie vertraut. Cause I'll be Knolbos one day. Nee, wirst du nicht. Hey, aber Knolbos kenne ich noch irgendwo her. Ah, stimmt, Vindictus. Vindictus. Da gab's immer Knolbosses. Echt? Mhm. Da gab's Knoles und Knolbosses. Das waren ja die fetten, hässlichen mit den Heimern. Echt? Mhm. Echt? Krass. Mhm. Schon. Haben wir sowas wie irgendeinen Pflasterstein oder sowas? Also so ein, weiß ich nicht, sowas, was man in der Farm benutzen würde, um drauf zu gehen, so zwischen den Pflanzen und so. Ähm. Was wird man da am besten benutzen? Stone Brick, aber wie kann man sich Stone Brick machen? Stöhn Brick. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Stone Brick macht, jetzt geht's los. Ähm. Du hast vier Clean Stone. Hm. Wollt ihr's nehmen? Ich weiß gar nicht. Können wir mal? Ich glaub, das ist dann zu viel Variation auf einmal. Ich nehm einfach mal, äh, Cobblestone dabei und dann. Mhm. Können wir's nehmen. Oder du nimmst Basalt Cobblestone oder Marble. Marble ist, glaub ich, ganz gut. Ich hab noch 19 Marble. Ich nehm Holz. Weil ich heute ganz kreativ bin. Ich wollt dir Marble nehmen. Ja. Kannst du Marble? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Du hast mich geschubst. Ich hab dich nicht geschubst. Nein, überhaupt nicht. Was war es dann in meinem Arsch? Hahaha. Hahaha. Der Stecken von gestern? Achso. Keine Ahnung. Hahaha. Hahaha. So, warte ich hier Holz. Achjaaa. Irgendwie. Hm. Ah. Okay. Ja, ja. Ja, ist schon. Alles okay? Ja, ja. Ich hab mich nur grad wohl vertan. Ich hab mich nicht mehr. Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Ja. Ja. Mit 8. Ding, oder? Außenraum. Glaube ich. Also im Let's Play Together damals. In 1.2.5 hat's noch funktioniert. Aber das ist auch schon eine Weile her. Mhm. Good old times. Mhm. Mhm. Achja. Es war so schön. Mhm. Es war so wunderschön. Ich frag mich grad, ob man da... Hhhh. Haaaa. 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 Hast du einen Holz-Half-Slap? Vorzugsweise in Oak? Ich hab' keinen Holz-Half-Slap. Ich hab' keinen Holz-Half-Slap. Mach' ich nochmal Matze. Haaaa. Wenig. Wenig. Aber nicht so wenig wie du. Haaaa. Das hast du mir so hart gegeben. War ich so ein Badass Ben, Alter. War ich da. Alter. Erkennt sich jemand wenig heute? Mhm. Ach scheiße, Alter. Was ist noch mit uns passiert? Wir sind erwachsen geworden. Ja, jetzt sind wir dann bald offiziell erwachsen, Raffi. Jetzt müssen wir dann erwachsen scheinen. Aber nur nach außen. Okay. Ist ja wenigstens etwas. Ah, hier. Hast du... Hast du den ganzen Cleanstone aufgenommen? Ja. Wie viel hast du? 56. Cleanstone? Mhm. Wärst du so nett, mir etwas davon abzugeben? Damit ich... Ja, danke. Einfach alles, oder? Ja. Ich mach mal alles zu Holz, gell? Äh, zu... dort. Mhm. Ah, ich komm von meinem Weg ab. Alter, nee. Ich bin grad auf dem Holzweg. Und die Witze werden schlechter. Oh, Mann. So, ich hab 64 Dirt. Das dürft reichen dabei. Oh, Puh. Selten so schlecht gelacht. Oh, ich hab vergessen mein Handy auf lauter zu stellen. Oh mein Gott. Are you serious? Mhm. Hast du mich grade ernsthaft ausgeschlossen, Simon? Und das Schloss ausgewechselt, dass ich nicht mehr rein kann? Ah, danke. Weil ich so netter Mensch bin. Was denn Schatzi? Alter, ich weiß. Ah, so. Dann kann ich hier... äh, eigentlich wollte ich das Wasser ja da rein tun, gell? Hm. Ach, es geht bloß in meinem Kopf. Ah, ich hab da DxP bekommen! Jaaaa! Woah, yeahaaa! Party, Harz! Everyday. Buh, spieltsch nicht. Hey! Gamer! Weiß gar nicht, ist das Gamer geschützt? Ja, glaub schon. Alles ist Gamer geschützt. Verdammt, Alter! Alles! Hast du ein Fenstergeld übrig? Ja. Und hast du Holzfensters übrig? Ich hab nur zwei Holzfensters übrig, aber ich kann ja noch welche machen, weil ich noch ne Menge Sticks hab. Das hört sich sehr gut an. Kannst du zwei Fensters mitnehmen? Ich kann auch zwei Fensters mitnehmen. Dann hätten wir nämlich schon mal das erste Modul hier fertig. Komm mal richtig voran hier, und dann können wir hier schon mal gleich Pumpkins anpflanzen. Alter, Pumpkins? Nicht schlecht. Pumpkins. Warte, ich leuchte noch schnell aus, bevor ich hier weggehe. Nicht, dass wir unerwünschten Besuch hier oben haben. Ja. Das wäre nämlich etwas unerwünscht. So. Danke. Oh, hey! Ich glaube, das reicht nicht. Simon, ich glaube, das reicht nicht. Alter, ich hole noch was. Ich hole doch nicht die ganze Zeit rum hier. Das war ja eine ganz normale Feststellung. Ja, ja. Geheult hast du wieder, gib's zu. Okay. Gib's dir zu. Schau her. War es so schwer? Ja. Okay. Hat schon ziemlich viel Überwindung gekostet. Okay. Gut, gut. Dann können wir nicht... Haben wir eigentlich schon eine Hoe? Nicht, oder? Mhm. Ich mach mal schnell eine. Ich mach selber eine. Nein, ich hab schon eine gemacht. Ist mir egal, ich mach mal selber eine. Fick dich. Nein. Doch, alter. Da kriegst du... Pfff. Bist selber so eine Hoe. Äh, nee. Nee. Ich hoffe, man hier spawnt nix. Ich bau gleich noch Ausleuchtung drauf. Ja. Wunderschön, Alter. Ja. Ich weiß. Sieht man wieder, wer's drauf hat. Psss. 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 Ich glaub sogar, wenn man am Fenz überall Fackel hinsetzt, oder in Zweierabstand, dass dann nix spawnt. Mhm. Und hier wird alles nass. Schön. Es ist sehr schön, wenn alles nass wird. Also, ich hoffe, ihr Zuschauer seid auch nass geworden bei den 21 Minuten Let's Play hier. Ahhhh. Und... Best Ende ever. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Danke für den ganzen fetten Support. Lasst Vorschläge da, wenn ihr welche habt. Und ansonsten müsst ihr noch was sagen? Ob ich noch was sagen soll? Ne, ich hab ja nix mehr zu sagen. Okay. Die Aufklärungsratschläge hab ich ihnen ja schon letztes Mal gegeben. Okay, stimmt. Jep. Also dann. Man sieht sich. Reingehauen. Tschüss Menschens. Der Welt. Outro. Undro. I will be the one to fly. Let's go.